Ooooooooh Hallo und herzlich willkommen bei ReHakamos Design Rainbow Six Teach. Eigentlich hatte ich es vor, nicht wieder zu spielen. Doch Kuro meinte, ich sollte mal wieder reingucken und spielen. Und dann sah ich schon, dass die neue Season da ist. Drei Tage bevor man den Operator so kaufen kann. Natürlich habe ich mir gedacht, wir spielen eine Runde, aber er hatte keine Zeit, also habe ich mir jemand anderes geschnappt. So, wir spielen KI Modus. Erst auf Standard, später eine Runde auf Fortgeschritten. Und das ist, was dabei so rauskam. Auf was hast du denn ex Kairos Werker? Auf 6? Also ich bin bereit, hier. Kommen sie rüber? Also, da ist Dings. So, da möchte ich, dass du ein 2er-Z hinsetzt. Bereit? Äh, sollte ich schon warten jetzt. Zünden! Aus zur anderen Seite. Zünden. Mach auf. Mal auf Quatsch, das ist so eine Wunde Da komm ich nicht durch Mach auf Mach sie auf Brauch ein größeres Loch Seit unten, damit ich nicht Jetzt Eigener Druck hat Gegner eliminiert Das war so eine blöde Runde Also entweder disablen sie mir den Strom Oder ich will Disabling by myself Kannte dabei aber was abfangen Aus, nehm her, ich hab schon Finde ich schlecht ey Ich hab Glück dass sie Ja Ja Blending! Blending! Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Sollte eine neue Tür zu sprengen. Nachdruck. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Was ist das? Super. Ich habe Angst. Oh, das habe ich auf Record. Ich habe Angst. Oh, okay. Vielleicht eine Aufnahme. Pech gehabt. Ich habe gerade was vergessen. Das habe ich nicht auf Record. Ich habe dich nicht aufgenommen. Ich finde das schön, wie das Ding hier einfach rumsteht. Das spawnt einfach. Nein. Okay. Durch Scan-index. Oh Gott, ich muss mich jetzt mal dran gewöhnen. Was mache ich denn jetzt? Mach mal die Head dicht. Bleibs oben drauf stehen, oder was? M-mh. Nur noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Was ist hier? Der Gegner hat eine Bombe... Franzia, komm! Achso, ich muss gedrückt halten! Nein! Verlasse den Kolosser. Aber Tathausch. Let's go. Die haben hinten die Dings... Ihre Dinger heißen auch Fathen. Das ist nicht Agent. Hä? Die haben hinten nicht dicht gemacht. Toll, zwei Idioten an einer Stelle. Wir haben noch einen. Wie komme ich wieder raus hier? Okay, das ist lustig. Das ist aber falsch, Rob. Eventuell. Ich sag, du stehst da. Ich war nicht mehr drin, ich war jetzt schon wieder draußen. Wir sind an der Treppe. Wie? Ja, mehrere Treppen. Das sind ja echt alle. Und sie stehen drumherum. Ich glaub, die sind ein bisschen kaputt. Ach, ich wurde zurück gemessert! Ich hab' ihn gemessert, aber ich hab' jetzt drei Messer zuerst registriert. Das war fisch. Fisch. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Also, wir dürfen uns merken, Messern von hinten und von der Seite, okay, Messern von vorne funktioniert nicht. Alter, das überhaupt funktioniert halt. Und ich hab' da Angst nicht aufgenommen. Ich hab' vergessen, dass das gerade nicht recorded wird. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, ein Botball zu bringen, was Feuer ist. Warte mal. Okay. Ich hab' es mir gerade zum Ziel gemacht. Ich weiß nicht, warum. Ich bin so unfähig! Hat irgendwie drei Kills geholt. Oh Gott, ich hab' das Spiel viel zu lange in meinem Spägel. Oh Gott, ich hab' das Spiel viel zu lange in meinem Spägel. Oh Gott, ich hab' das Spiel viel zu lange in meinem Spägel. Ach. Ich verbreite etwas rauf! Bombenentschafung eingeleitet! Entschärfer Beschützung! Jetzt kümmern wir uns mal um die Gipswand! Nein! Gegner eliminiert, Feignerdruck erfolgreich! Man merkt, wir haben lange nicht mehr geschweht! Da ist ja gar nichts drauf! Wenn du teilweise siehst, wo ich ihn schieße, ist es noch schlimmer, glaub mir! Feine Klausung! Die Kai guckt uns doch nur blöd an und denkt sich so Pfeilten! Ballhof! Woher du ihn würdest? Friedhoff? Was das Problem ist, ich guck mal gleich eine Einstellung, ob wir jetzt wünschen können, dass wir direkt mit der Verteilung starten, weil das ist ja eigentlich der Modus, den wir haben wollen. Drona hat eine Bombe lokalisiert! Hm! Das ist interessant und das geht auch! Aber eigentlich müsste man es ja aufteilen können! Nach dem Botto man kann das trainieren, was man trainieren möchte! Vielleicht wollen die das noch nicht, weil es nur 5 Bots gibt! Oh, beide haben sch- Weiß nicht! Kommunikation ist disabled! Und das Problem ist, wir können gar kein Scannen! Solange du niemanden aufdeckst, kann ich niemanden bedrohen! Ich kann gar Tracking-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan Ach Gott, ich stehe dich auf die Scheiße wieder! Wie unprezise ist die Stromlinie, what?! Ich lade nach, brauche Deckung! Machst du das? Sprenggranaten haben nicht genügend Durchschlagskraft, um Holz kaputt zu machen! Warte mal! Wo, wo sind sie? Wo wollen sie durch? Sprenggranaten haben die Holzdinge geworfen außen und das Dinge sind kaputt! Ich bin enttäuscht! Warte mal! Warte mal, wollen wir schaden machen? Wächsele-Magazine! Die sollen Gadgets kaputt machen, klar! Nein, das sollen sie eigentlich nicht mehr! Eigentlich hat man sie hier genurvt, weil sie zum... Sie sollten ja dann wieder so Gadgets kaputt machen werden und nicht einfach um... Ich muss schnell laden. Oh, da ich bin ich versuch... Wollt' gar nicht klingt, Walt! Warte mal, mit Mute ist er erschossen worden? Verdammt! Wo ist die zweite Treppe? Boah, grad diesen Joke bringen wir... Wer war so frech und hatte die frechheit Mute zu erschießen als wohl Himmels? Ich hab Kreise gezeichnet! Ich hab' keine Warnung von der Map mehr! Wohin in den dritten Haus! Wohin in den dritten Haus! Wohin in den dritten Haus! Ist das eine Sanddäche, wenn wir so leben waren? Wohin in den dritten Haus! Für die Cap-Cun-Trap... Ich hab' keine Kuchen verhandlung von der Map mehr! Wohin in den dritten Haus! Bih-Bih! Wow! Ich hab' keine Kuchen verhandlung! Wohin in den dritten Haus! Wohin in den dritten Haus! Warte, ich wollte sie gerade suchen. Ah, ich hab noch einen Eliminierungsassist. Was? Also, Überlebensinstinkt, die haben die auf diesem Modus überhaupt nicht. Die haben keine. Die gucken dich an, warten drei Sekunden und drücken danach feuern. Wo war Terroristenjagd schlimmer? Die Juristenjagd hat übrigens noch Spaß gemacht, da haben sie zurückgeballert. Hier gibt es nur noch maximal too weak oder maximal too strong. Wo sind wir denn? Wo steh ich denn? Gleicher Raum, gleiche Map, gleicher Platz. Wo steh ich denn? Unterschiedlich. Hi. Letztmal, du stehst auf immer einen der Spawnpunkte von einem normalen Operator. Genau. Reinforce das und dann stelle ich mich... Oh, soll ich das wieder forcen? Ich will's aufreißen. Warte mal. Du willst jetzt aufreißen? Ja. Dann steh ich aber falsch. Das standst du schon letztes Mal. Nur noch 10 Sekunden. Überhaupt darüber worten kann er schon wahnsinn. Neh. 5 Sekunden noch. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg. Hallo. Bin wieder da. Bin wieder da. Der Gegner hat eine Boppe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Ich habe keine Ahnung. Reinforcen doch. Hey, wir reinforcen halt gar nichts. Bringt euch das raus. Ich weiß, wo ich meinen zweiten Avatar nächstes Mal hinplatzieren muss. Ich bin zurück in bonus zu denken, warum die keine Ahnung ist der Zeit daran. OH NON!!! So, einen habe ich down. Oh, Silber? Ich bin gerade in der Drohne, ich habe es gerade gesehen. Ähm. Ich glaube nicht, dass das Soros sehen soll. Ich glaube, das ist nicht die richtige Pose. Vor allem, die Arme sind kaputt. Unser Roller, was ist heute der zweite Bot mit dem Rücken dazu gewendet? Auch da stehen. Okay, nochmal Anfänger oder wollen wir uns direkt mal fortgeschritten antun und ein bisschen wegfliegen? Welche Schwierigkeiten haben wir denn jetzt? Haben wir noch die zwei? Ja, nur die zwei. Aber ich kann leider nicht anfangen, wir können leider nicht mit... Ja, komm, machen wir mal fortgeschrittener. Baustelle nehme ich an. Weiß nicht, ob der muss der richtige Operator ist. Da sagen wir uns... 10 Sekunden. Das mit den Avatar ist halt... ...maximal geil. Das Problem ist, die Swap ist echt übel, also... Bombe gefunden. Also, ein Strom... ...fahrt ist weg. Wie könntest du auch schweißen? Du... In den Bormringer? Schau... Natürlich zeigen die sich nicht, ne? Glück gehabt! Glück gehabt! Wow! Mein verbleibender Operator... Ja, meistens faule fünf Sekunden zum Schießen, aber das... Ja, ich weiß, dass die... Ja, für den war das drei Stunden, weil das... Entschärfer wurde zurückgeholt. ...so... ...unwert war. Ach, scheiße, hätte ich vielleicht behalten sollen. Ich habe auch keine Drohne mehr, ne? Ähm... Ähm... ... ... ... Fünfzehn Sekunden... ... ... ... ... .. Ähm... dass... Fälle... ... eine ver bloom ist... ... Ähm... ... Damit wir hier reinkommen? Ah, ok, das ist lustig. Hier auf der Treppe ist wer. Ach, ich bin erschrecklich langsam. Ich glaube zwei haben wir raus. Danke. Komm lieber über Dings oder Scherz, ja. Ich sehe keine Fußschwirr. Und da. Rot. Ja, wir können's. Das war so. Wir haben keinen Smoke. Okay, Sie wählen? Wir haben keinen Smoke. Ich darf nicht smoke. Wie geht da um Smoke? So, Sie können Skoppost spielen. Und ich überlege gerade, was ich spiele. Ja, komm. Wenn ich schon Smoke nicht spielen kann, dann sollte ich vielleicht... Ich weiß ja nicht, wie fett der Archer hinten ist. Du hast links eine Anzeige. Hier sind sie, sie brechen durch. Okay. Ich dachte, ich wär in diesem Ding hinter gewesen. Okay. Ehrlich gesagt, ich hab wirklich plötzlich keine Bock mehr. Das ist keine Ahnung. Wie Gift. Wie ein bisschen Uhrzeit vorbei. Plötzlich denk ich mir so... Hm. Das eine ist total Braindead und das andere fühlt sich halt auch so unnatürlich an, weil die Falten sind. Irgendwo normal oder irgendwie auch komisch ist. Es mangelt einer für die... Tja. Okay. Okay. Beim nächsten sind die noch extrem verwirrt. Warte, wie kann ich auf dich wechseln? Du kannst scannen. Scannen sie mal. Stimmt. Das geht. Äh... Ich hab das Gefühl, als würde ich mich durch ne fette Schicht Honig durchdenken, die auch schon so ein bisschen angekommen ist. Und... 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 Also reinforce mal die... Die... Außenbände. Und mach an die Außenwand da zwei. Mach an die zwei, ich sei einfach im Sicher. melon. Mhm. Oh Gott. Ich war grad auf. E. A ife gefüllt. Wo ist mein Platzier empfohlen, Kyle? Was ist falsch? Ich muss gerade überlegen, warum ich diese Punkte mache. 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner müssen noch eine Bombe lokalieren. So, ich platziere mich mal um. Ohne. Avatar, die waren verstärkt. Setze Störsend ein. Die werfen ganz viele EMPs. Die haben den ersten EMP, die wir früher mal gesehen haben. Lade nach. Avatar braucht Deckung. Die werden dann doch verdäuchten. Oh, scheiße. Die werden dann nicht kassiert. Ah ja, One-Tap. Ähm, warte, deine kugelsichere Kamera hat hier Ash. Du kannst sie durch die Wand bangen. Sie steht ganz doof rum. Vorsicht, guck dich jetzt. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Du kannst. Du kannst mir nicht mehr aufhören. Alles gut. Alles gut. Gut. Sie müssen den clips nachgeheben. Die flachen nach Bauer. Die flachen. Ach. Jajajajaj Oh fuck, egal, hauptsache ich steht noch Magazinwechsel Playmoos hast du nicht, ne? Nachladen Plente da mal, ja? Es bleiben noch 15 Sekunden Plente! Ja, riecht das Ding Es bleiben noch 5 Sekunden Bombenentschärfung eingeleitet, entscharfer beschützen Hier kommt der Adrenalinschub Wechsle Magazine Von nichts kommt nichts Dann keine Sonde losschicken Aktiviere Adrenalinschub Na gut für jetzt Ah, es vollziehen Messer! Ich hab meine Hände ohne Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich Das ist so großartig Das ist so großartig Das ist so großartig